So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen, ja so ist das Video. Bevor wir jetzt mit euren Kommentaren anfangen, möchte ich euch noch zwei Dinge ans Herz legen. Und zwar erstens meinen neuen Kanal, TheKevinDV heißt der. Also hauptsächlich kommen da englische Ankündigungen und Infos, die dann meistens ungeschnitten sind. Aber manchmal auch so Follow-Me-Around-Tutorials oder so, wo ich mir halt denke, die lade ich mal nicht bei Harimopfo. Ein Tutorial habe ich auch schon hochgeladen, eins wie man diese Softboxen aufbaut, die ich jetzt hier übrigens auch stehen habe. Und dann ab und zu mal von Videos, irgendwelche Making-Offs oder Outtakes und so. Also hier kommt ihr jetzt mal zu dem Kanal und könnt abonnieren und so und mal ein bisschen vorbeischauen. Die zweite Sache ist die mit den Ideen. Ich sage ja schon immer, dass ihr mir gerne eure Ideen schicken könnt. Allerdings sind da in letzter Zeit ein paar Probleme aufgetaucht. Nämlich wenn ihr mir dann eure Ideen schickt, dann geht bitte nicht davon aus, dass ich sofort antworten kann. Diese Apps, die melden mir das nicht alles immer sofort. Und da muss ich vielleicht auch ein bisschen drüber nachdenken, ob die gut ist, die Idee. Genau, und da gab es jetzt eine Person, die spreche ich jetzt ganz genau an, ganz genau die. Deine Idee werde ich versuchen bald umzusetzen. Es ist nur ein bisschen blöd. Da bräuchte ich eventuell jemanden, der mir dabei hilft. Und da dann einen gemeinsamen Termin zu finden, ja, wird vielleicht ein bisschen schwer und immer so. Also kann es noch ein paar Videos dauern. Genau, und dann würde ich sagen, geht es jetzt los mit euren Kommentaren. Wer hat, wo er sagt, ich weiß nicht, wie der Dislike-Button aussieht, wer hat das kurz geschaut, hat drauf gedrückt und sofort wieder auf, mag ich gestellt, Doppelpunkt, großes D. Ja, ich, nein Spaß, ich nicht. Aber sehr cool, dass dir anscheinend das Video gefällt. Ich habe zumindest den Kommentar geliked von dir, weil ich das irgendwie witzig fand. Der Bahnpirant. Hey, sehr lustig. Bin ich mal gespannt auf die neuen Projekte. Ja, freut mich, dass du da gespannt bist. Ich bin ehrlich gesagt auch ziemlich gespannt, weil vor allem bei dem Film, sowas habe ich noch nie gemacht. Und ich meine, die Harry Potter Real Life Videos kann man damit nicht wirklich vergleichen, weil die ja immer in einer Szene waren. Und bei dem Film habe ich jetzt eben schon vor, dass das ein wirklicher Film wird. Genau, also da könnt ihr ja immer noch weiterhin gespannt sein. Horrobs. Haken schreibt, wie alt bist du? Ich stelle eine Gegenfrage. Wie alt denkt ihr denn, dass ich bin? Also wie alt sehe ich aus? Ihr könnt ruhig kommen mit fünf, aber ihr wisst ja wohl hoffentlich genau, dass das ein bisschen daneben ist, ne? Alice Bubu. Jupp, Fashion Designer hat recht. Ja, finde ich auch. Fashion Designer, du bist ein Talent. Du bist ein Genie. Fashion Designer, du bist super. Wie machst du das? Du weißt einfach alles. Du hast einfach mal recht. Ich weiß zwar überhaupt nicht, was du geschrieben hast, aber YOLO. Mister Eurotruck, da steht Titel am Anfang. Ja, das ist mir jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht aufgefallen gewesen. Das ist etwas süß, aber auch doff. Videos, um vielleicht ins nächste Jahr, so ist das Video zu kommen. Genau, dann kommt ihr hier zu meinem letzten Jahr, so ist das Video, und hier zu meinem letzten Video überhaupt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.